Wow, was ist das? Das ist Zentopia. Bitte gib mir die Hand. Ich verspreche, falls du nichts fühlst, werden wir nie wieder darüber reden. Gut, dann versuchen wir's. Streck deine Hand aus. Das wird jetzt etwas warm werden und prickeln, aber nicht unangenehm. Bist du soweit? Mhm. Wow, das war... Was... Konntest du es fühlen? Ja, es ist... Ich weiß nicht, ich hab noch nie sowas gefühlt. Es ist elektrisch irgendwie? Nein, es ist magisch. Und was passiert als nächstes? Na, die Runen ergeben ein Orakel. Ein Passwort. Und wenn ich es laut ausspreche, dann geht es nach Zentopia. Okay. Und genau das werde ich jetzt tun. Wie lautet dein Passwort? Eine eisige Freundschaft wirst du pflegen. Ihre Gegenwart wird für dich ein Segen. Mach's gut, Sarah. Wir sehen uns gleich wieder. Mia? 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 Ach, das Meer. Mia? Wir sind hier drüben. Hi, Yuko. Mo? Oh nein. Selbst hier draußen wächst sie schon. Wir müssen diese Herzkristalle finden. Ansonsten wird diese Pflanze bald jeden Quadratzentimeter bedecken. Was haltet ihr denn von einem neuen Orakel? Schieß los. Wie war das noch gleich? Eine eisige Freundschaft wirst du pflegen. Ihre Gegenwart wird für dich ein Segen. Eine eisige Freundschaft? Das heißt dann wohl, heute wird es keine Strandparty geben.